Ihr kennt ja vielleicht noch Boba Fett mit Armbedrückung aus der Cloud City, die Figur ist echt einiges wert, deshalb haben wir sie hier auch zweimal liegen, aber um diese Figuren soll es hier gar nicht gehen, denn das sind reguläre seltene Lego-Teile, aber es gibt auch Elemente, die gar nicht so häufig vorkommen, die teilweise Produktionsfehler sind, die teilweise, naja, vom Laster gefallen sind und die möchte ich euch heute mal genauer zeigen, beziehungsweise ein paar, die ich davon da habe. Ganz viel Spaß damit, das sind wirklich seltene und einzigartige Lego-Teile in diesem Video. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute mit einem besonderen Video, das sind hier Teile aus meiner Sammlung, die für mich eine große Bedeutung haben. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, die erste Figur, die kennt ihr vielleicht schon, das ist ein normaler 501. Trooper, das ist jetzt nichts so Besonderes, obwohl es schon besonders ist, Lego den herstellt. Ein sehr, sehr schönes Set, welches wir damals im Sommer bekommen haben. Ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich davon auch diverse gekauft, wie auch immer. Jedenfalls gibt es von dieser Figur auch manchmal Missprints. Missprints bedeutet einfach nur, dass die Bedruckung halt so ein bisschen schief ist. Jetzt in dem Fall hier sieht er aus, als ob er einen auf den Deckel bekommen hat, eine Bowlingkugel auf dem Kopf. Wahre Geschichte, ich habe schon mal eine Bowlingkugel auf dem Kopf bekommen, kann ich euch gerne auch mal noch mal anders erzählen. Jedenfalls, ich sehe noch besser aus als der Clon Trooper hier. Der hat halt die Bedruckung so ein bisschen nach unten geschoben. Solche Missprints. Ihr müsst darüber wissen, also für normale Leute ist das natürlich Müll. Den Missprint habe ich von Lars bekommen, der hat sich einen neuen Helm bestellt und deshalb brauchte er den Missprint jetzt nicht und hat mir den geschickt. Von daher nochmal vielen, vielen Dank. Aber für Sammler wie mich, die sich jedes Mal wünschen, dass sie endlich einen Fehldruck bekommen, einen falschen Helm bekommen oder irgendwas anderes, Fehlgedruck von Lego, für die ist das was sehr, sehr Besonderes. Da gibt es auch verschiedene Missprints. Da gibt es, also klar, jetzt so ein schiefer Helm, der ist nicht ganz so besonders, aber wenn ihr beispielsweise Chewbacca mit einem Print bekommt, der falsch herum ist, das ist was sehr, sehr Cooles und Besonderes. Und die wird halt auf Ebay verkauft oder steht in irgendwelchen anderen Sammlungen. Und für mich ist das halt der einzige Missprint, den ich so wirklich habe. Es gibt natürlich auch noch kleinere Missprints, wie jetzt zum Beispiel hier bei diesem 8080 Driver. Dort seht ihr, ist dann hier vorne der Schlauch so ein bisschen nach rechts versetzt. Das würde ich dann eher als Qualitätsmanko bezeichnen und nicht als Missprint. Sowas hier ist schon was sehr, sehr Cooles zum Sammeln. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt so wertvoll ist, aber es ist auf jeden Fall ein Sammlerobjekt. Die anderen Sachen, die jetzt kommen, werden, denke ich, noch ein bisschen cooler. Hier haben wir dann noch ein seltenes Teil, was tatsächlich aus Billund kommt. Und ihr habt ja wahrscheinlich meinen Vlog gesehen, wo ich damals in Billund gewesen bin. Da habe ich das auch schon mal so ein bisschen erklärt, wo das genau herkommt. In Billund selbst gibt es einmal das Lego-Haus. Dort gibt es ja so eine Tüte, da könnt ihr euch mit solchen einzelnen Steinen euer Essen zusammenstellen. Das sind nicht diese Teile, aber diese Tüte gibt es auch, die habe ich tatsächlich auch. Die gibt es auch nur im Lego-Haus selbst. Die ist jetzt nicht unbedingt wertvoll. Das ist halt ein Polybag mit ein paar 2x4 roten Bausteinen drin, das ist jetzt nicht seltenes. Aber das hier bekommt man wirklich nur, wenn man in das Gründerhaus reinkommt. Und das Gründerhaus ist tatsächlich gar nicht offen für die Öffentlichkeit. Ja, aber ich bin trotzdem reingekommen. Ich werde jetzt nicht sagen, wie ich da reingekommen bin. Aber ich bin reingekommen und dort gibt es halt solche einzelnen Becken. Und dann kann man sich halt, ja, tolle Marketing-Sprüche von Lego anhören. Ja, wir haben eine Vision, wir haben Values und so weiter. Und dieses ist dann halt nochmal hier auf die Steine drauf gedrückt. Ob das jetzt wirklich so ist oder ob das halt nur schöne Sprüche von Lego sind, weiß ich nicht. Für mich ist das hier aber was Besonderes. Denn das gibt es halt wirklich nur in diesem Gründerhaus dort drin. Da ist auch noch so eine kleine Ausstellung und so weiter drin. Keine besonders coole Ausstellung, wie ich finde. Also das Museum wird viel cooler als die Ausstellung da. Trotzdem ist es für mich was Besonderes, weil man da halt gar nicht so drankommt. Und ich habe jetzt auch keine Ebay-Angebote für sowas gefunden. Deshalb, ja, das ist was sehr Einzigartiges. Und manchmal gibt es auch Dinge, die halt irgendwie einfach da sind. Man kann nicht erklären, warum sie da sind. Aber das gilt zum Beispiel hier für diesen Dinosaurier. Diese Dinosaurier gibt es ja eigentlich bei Jurassic World diverse Male. Sind auch sehr, sehr schöne Dinosaurier, muss ich sagen. So zum Spielen und so weiter. Diese hier sind aber normalerweise immer bedruckt in diesem Dark, in dieser Dark Orange Farbe. Es gibt ja jetzt inzwischen auch den Dinosaurier nochmal ohne Bedruckung in Sand Green in der Sesamstraße drin. Aber in der Farbe Dark Orange ist ja noch nie ohne Bedruckung vorgekommen. Deshalb ist das hier auch was Besonderes. Den habe ich von Ahsoka bekommen. Also nochmal vielen Dank. Der kommt halt aus bestimmten, aus der Fabrik oder so. Bevor die halt bedruckt werden, hat die da wohl irgendjemand rausgenommen. Genauer weiß ich das leider auch nicht, wo die herkommen. Aber für mich ist es auch was Besonderes. Und nein, die Bedruckung ist hier nicht einfach abradiert. Das sind wirklich unbedruckte Lego-Teile. Zu den größten Fragen der Menschheit gehört unter anderem, ob es in der Teefabrik Kaffeepausen gibt, in welcher Farbe ein Schlumpf anläuft, wenn man ihn wirkt. Und warum Lego immer noch keine Machtgeister hergestellt hat. Ich meine, 20 Jahre, 21 Jahre Star Wars und immer noch keine Machtgeister. Und das hier ist jetzt ein riesiger Stinkefinger, was ich jetzt hier gerade in der Hand habe, in Richtung uns Lego-Fans. Ja, das hier ist Original-Lego. Ich beweise es euch. Das ist ein Trans-Clear Blue Darth Vader mit... Als Machtgeist. Hallo, wie genial ist das denn bitte? Ihr seht hier, der Helm. Alles Trans-Clear durchsichtig. Ja, das ist mein Finger. Das ist nicht CGI oder so. Das ist alles Original hier. Das ist ein offizielles Lego-Teil. Auch genauso hier. Der Body ist auch ein offizielles Lego-Teil. Seht ihr auch das Lego drin? Denn wie bin ich da dran gekommen? Und was ist das? Und warum hat Lego das noch nicht als Figur umgesetzt? Nun ja, warum Lego das noch nicht umgesetzt hat. Keine Ahnung. Sie sind halt einfach blöd gemein. Wollen uns antäsern oder so. Jedenfalls sind das Figuren, die Prototypes sind. Die halt von Lego irgendwie angefertigt werden. Und diese schaffen es halt irgendwie auch, das Licht der Welt zu entdecken. Außerhalb der Mauern von Billund. Das ist was relativ Seltenes. Das gibt es nicht so häufig. Die Teile, das sind natürlich jetzt hier keine neuen Molds. Die gibt es ja auch für die normale Vader-Figuren. Und dann halt mit einer anderen Plastikfarbe. Diese werden unter anderem verkauft. Da gibt es verschiedene Websites, wo ihr das halt gucken könnt. So, naja, ab 50 Euro geht es da dann los. Und die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich möchte das euch mal kurz zeigen. Mit verschiedenen Charakteren. Ich muss sagen, jetzt abseits mal davon, dass ich das sehr, sehr schade finde, dass Lego immer noch keine Machtgeister hergestellt hat. Diese Figuren sind sowas von cool. Und auch hier, ich nehme jetzt einfach mal zufällig irgendeine Figur. Das sind tatsächlich auch alles Original-Lego-Minifiguren. Die sind halt alle nicht irgendwie in irgendwelchen Sets drin vorgekommen, sondern halt aufgetaucht. Wie auch immer. Aber ganz genau weiß man das natürlich nie, wie da jetzt jemand rangekommen ist. Hier haben wir zum Beispiel Phase 2 Clone Trooper. Die natürlich den gleichen Mold für den Kopf haben wie jetzt hier die 501. Trooper. Nur dann halt wieder ein Transclear. Hier dann mit dem Transclear Kopf unten drunter. Auch das sind alles originale Lego-Figuren. Hier zum Beispiel die Transclear blaue Figur. Super benutzen kann, um jetzt irgendwie ein Hologramm von meinetwegen Cody oder ähnlichen Figuren zu machen. Dann haben wir hier drüben nochmal verschiedene Figuren mit einzelnen Kapuzen. Wäre natürlich gut geeignet, um ein Palpatine-Hologramm zu machen, wenn da jetzt jemand nochmal eine Bedruckung drauf macht. Dann haben wir hier auch noch monochrome Minifiguren. Also einfach Figuren, die halt immer in der gleichen Farbe sind, auch noch in Transclear. Das ist dann auch quasi eine monochrome Minifigur, nur halt nochmal einmal mit einem Helm oben drauf. Dann gibt es hier auch nochmal ganz entspannt ein paar Batman-Minifiguren in Transclear. Auch alles Original-Minifiguren, also Original-Formen halt von Lego. Deshalb ist das Logo oben drauf. Hier dann haben wir auch noch einen TIE-Fighter-Piloten. Auch das eignet sich, denke ich, sehr, sehr cool für ein Hologramm oder ähnliches. So wie hier oben dann auch nochmal Lord Vader. Hier fehlt natürlich jetzt noch die blaue Figur. Die habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und dann dort auch nochmal Rey. Okay, und wie gesagt, diese Figuren sind noch nie so in Lego-Format in irgendeinem Set erschienen. Ich bin wirklich, es hat mich sehr getroffen, als ich das herausgefunden habe, dass es sowas gibt. Und dass Lego das immer noch nicht herausgebracht hat. Ich meine, selbst wenn sie jetzt einfach nur so einen Transclear Vader ohne Bedruckung herausbringen würden, wäre das schon cool. Und es wäre zehnmal cooler als Polybag zu irgendeinem Videospiel oder irgendwie May the Force. als jetzt dieser Luke-Farmboy, der halt dann ein exklusives Gesicht hat, aber die zehnte Variante von Luke mit diesem ganz normalen Tatooine-Outfit ist. Wie auch immer, ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Falls ihr auch noch irgendwelche Figuren habt oder kennt, die so selten sind und halt nicht wirklich in Sets erschienen sind, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich da sehr davon, von euch zu hören. und bin natürlich auch selber immer interessiert. Und ja, ich weiß, man könnte natürlich sagen, dass solche Sachen wie die Miss Brints Müll sind. Aber für mich, für mich macht das sehr viel Spaß, mich mit sowas zu befassen. Und daher, ja, stelle ich das auch gerne hier auf dem Kanal vor. Und dann, ja, ich weiß, was ich auch gerne hier auf dem Kanal vor.